Da hat der DAX gerade noch mal soeben die Kurve gekriegt. Naja, so dramatisch ist es nicht. Aber immerhin, wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart, der Kurs erst mal angestiegen. Das war der Rückwärtsgang, den wir gesehen hatten Anfang der Woche. Und jetzt sehen wir, der Kurs hat tatsächlich gehalten, oberhalb der von mir gestern schon mal angedeuteten Marke. Also im Moment nichts auf Gatsch schließen aus, sondern ganz normaler Rücksetzer. Selbst der ist ja schon ein bisschen größer als der. Aber da würde ich im Moment das Ganze noch mal so verorten. Jetzt haben wir aber eine Situation. Ist diese Abwärtsbewegung scharf runter oder ist sie korrektiv runter? Und wenn man das so aus sich mal anguckt, wir sind vorne irgendwie zügig runter, dann hatten wir hier eine Pause. Warte, machen wir nochmal. Also scharf runter, hier hatten wir eine Pause. Hier sind wir nochmal scharf runter und hier war eine Pause und nochmal scharf runter. Und manch einer wird jetzt auf die Idee kommen, Mensch, Kollege, könnte das nicht eine Korrektur? Quatsch, ein Impuls sein. Das ist doch keine Korrektur. Also ein Puls, das ist doch die heftigste Bewegung. Wir haben zwar Pausen, nämlich hier haben wir eine Pause und da, also respektive da hatten wir eine Pause und hier. Aber die sind ja völlig überlappungsfrei und das ist eigentlich ein Zeichen für eine vorläufig noch starke Bewegungsrichtung. Und die weist nun mal nach unten. Jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, was wir hier bekommen ab diesen Tiefs hier. Naja, theoretisch sehen wir ja schon, dass es ein bisschen nach oben geht. Nehmen wir mal an, es ist ein Impuls tatsächlich. Dann wäre ein Rücksetzer, wenn er korrektiv wäre, wohin? Das kann man relativ leicht messen, dann ist man vom höchsten Punkt, vom tiefsten Punkt, zum tiefsten Punkt. Da, oder der da, ich glaube, das tut sich nicht so arg viel. So in der Richtung. Und dann wissen wir, das wäre für den Fall, dass das ein Impuls runter ist, das Rücksetzer Niveau mit Erwartungshaltung, dass er nochmal sowas macht, wenn A, das Ganze hier möglichst korrektiv hoch geht. Also da drin, wir sind jetzt an der Unterseite schon, aber wenn er hier nochmal einmal korrektiv hoch geht, das heißt irgendwie wackelig, also so richtig wackelig sieht das im Moment nicht aus hier. Aber wenn wir diese Zwischentiefs hier nochmal durchstoßen, also idealerweise sehen wir das nicht mehr hier. Das ist das Tief ungefähr 15.950 in etwa. Das war das Tief heute um 15.30. Eigentlich wäre es gut, wenn wir das nicht mehr sehen würden, denn dann sind einige in der Versuchung, oh, kommt da nicht nochmal diese Geschichte. Auch das wäre noch nicht wirklich Drama. Warum ist das nicht Drama? Naja, da sind wir doch hier durch schon. Ja, aber wir erinnern uns, Anstieg, Pause, Anstieg, Pause, Anstieg war eine der Optionen, die ich gestern gesagt habe. Der ist ein bisschen kleiner als der. Dieses hier wäre jetzt ein bisschen größer als der. Ich muss also mit beiden Varianten im Moment fahren und muss mir überlegen, was würde das Ganze problematisch werden lassen. So, wenn das hier der Aufwärtsschub ist und der ist überlappungsfrei, also eine starke Richtung, dann wäre ein Rücksetzer in diese Zone sehr typisch. Und ihr seht, wir haben es gerade bis zur Fibomarke geschafft. Mit einer bisher relativ starken Bewegung gehen wir jetzt korrektiv irgendwie hoch. Je korrektiver, desto besser. Manchmal kann man es nicht gut erkennen. Aber wenn man erkennen kann, dass es korrektiv ist, dann wäre das eigentlich optimal, hinten nochmal diese Bewegung. Und ihr seht, dann sind wir immer noch in dieser blauen Kiste. Also die Länge meine ich jetzt nicht so sehr, aber die Höhe. Also ihr seht, auch ein Rücksetzer, der tatsächlich jetzt nochmal das Gap schließt und vielleicht sogar leicht überschießt über die Geschichte. Wäre völlig in Ordnung. Gestern hatte ich eine andere Variante. Ich will sie nur ganz kurz, damit ihr nicht das seht. Da hatte ich noch gesagt, vielleicht können wir auch sagen, dass das jetzt hier die Korrektur ist und wir direkt hoch gehen. Also, wenn wir direkt hoch gehen, haben wir das Problem hier unten sowieso nicht. Na, dann geht er ja nicht mehr darunter. Aber selbst wenn er hier nochmal runter geht, irgendwo dieses Gap schließt, in Anführungsstrichen. Ich bin nicht so sehr auf das Gap schließen auf, aber ich weiß, viele beobachten das. Das ist für mich gar nicht der relevante Punkt, sondern für mich ist diese Fibokiste, die ich hier eben gemessen habe, spult notfalls nochmal zurück. Wenn der Kurs da korrektiv reingeht, haben wir beste Voraussetzungen, dass der Kurs dreht. Achtet vielleicht mal drauf, ob ihr hier ein Wendeanzeichen kriegt. Wendeanzeichen könnte entweder auf einer sehr kleinen Ebene so ein Verhaltensmuster sein, das könnte eine Umkehrkerze sein, sowas in der Richtung. Das wären alles Indizien, dass der Kurs dann dreht. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht millimetergenau das als Ausschlusskriterium nehmen, denn wenn das die vollständige Korrektur dieses Anstiegs ist, darf er gerne bis da hinlaufen und sogar knapp tiefer ist auch in Ordnung. Trotz alledem gibt es noch eine Marke, ab der ich unzufrieden würde. In diesem bullischen Bild habe ich ja angedeutet, hier irgendwo in diese Kiste rein. Wer jetzt sagt, aber könnte das nicht schon das Fertige sein? Ja, aber es ist halt sehr impulsiv runter. Deshalb habe ich da so meine Sorgen, dass es vielleicht dann tatsächlich nochmal runter geht. Aber egal wie, dieses Szenario ist alles noch in Ordnung. Erst wenn wir hier unter 15.800 in etwa gehen, streng genommen meine Killermarke ab, dann bin ich nicht mehr bullisch eingestellt für den DAX-Index. Jetzt hier, also das ist dann der 15.733, wenn man die erreicht, dann werden die Wahrscheinlichkeiten deutlich schlechter, dass der Kurs dann doch nochmal von hier unten direkt dann nach oben geht. Ganz ausschließend kann man das nie, aber die Chancen werden dann halt so klein, dass das vorläufig für mich nicht so relevant ist. So, also das heißt, selbst wenn der Kurs jetzt hier doch nochmal einmal tiefer geht, wäre das für mich kein Garaus. Die 15.730er, glaube ich, war es ungefähr, das ist so die Killermarke. Alles oberhalb ist noch in Ordnung. Und ihr könnt, wenn ihr diesen Punkt habt, natürlich auch so ein bisschen mit der Symmetrie abschätzen, wo dann dieser Punkt liegen wird. Das ist nur eine Orientierung, das ist nicht immer exakt gleich. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber es ist ein Orientierungspunkt, so kann man da sich schon mal ein wenig vorbereiten, bis in welcher Chargen das da eventuell nochmal runter geht. Nur wenn der Kurs tatsächlich da diese genannten Marken durchstößt, was ich da genannt habe, dann werden wir wohl nochmal in diesen Bereich hier reinlaufen. Und da könnte es dann durchaus sein, dass wir das, was wir hier vorne haben, da hinten dann nochmal bekommen. Und dann seht ihr, dann liegen die Ziele wieder ziemlich genau da, wo wir sie schon überlegt hatten, mal 15.500 hier in dem Bereich. Im Moment ist das kein Thema. Wie gesagt, wenn es korrektiv runtergeht, A, B, C ist noch in Ordnung. Aber wir müssen auch da mit so einem Rücksetzer rechnen. Auch das wäre übergeordnet noch kein Problem. So, und wer jetzt verwirrt ist und sagt, naja, es ist immer alles kein Problem. Na ja, sicher, was passiert, wissen wir das natürlich nie. Und deshalb muss ich mir gucken, ab welchen Marken kann ich mit dem Dreh so halbwegs rechnen. Und welche Marken kann ich für mich noch zulassen? Welche ist für mich noch interessant? Ja, also wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, naja, ich bin jetzt hier irgendwo hier unten eingestiegen, dann wollt ihr ungern, dass der Kurs nochmal negativ wird. Dann wisst ihr, dass eure Stopp-Marken hier oben, das sind die, so vielleicht die 700er Marke, die ich da genannt habe, so was in der Richtung sein könnte. Wenn ihr sagt, Rüdiger, ich bin hier unten irgendwo rein, dann ist es euch im schlimmsten Fall sogar egal, ob er nochmal bis hier hin runter geht. Weil ihr dann sagt, naja, ist es immer noch das bullische Bild? Ja, es ist immer noch ein realistisches, bullisches Bild. Das hängt von eurer Ausgestaltung des Trades ab. Ja, viele wünschen sich immer, nee, nee, du musst mir jetzt sagen, ob der Kurs als nächstes steigt oder fällt. Völlig Thema verfehlt. Das ist nicht die Aufgabe eines Händlers. Wäre schön, wenn man das könnte, aber das ist nicht wirklich realistisch. Also wenn ihr euch das wünscht, dass ihr das eines Tages könnt, dann müsst ihr wahrscheinlich eher nach Hogwarts gehen oder sonst irgendwo und euch da mal einweisen lassen in die Magie der Hellseherei. Aber als Händler können wir das nicht sehen. Was wir aber sehen können, das sind typische Verlaufsmuster und will ich den noch aushalten oder will ich ihn eben nicht aushalten? Denn das sind Vorschläge, dass der Kurs an diesen Kursen dreht, aber es ist ja keine Garantie. Das heißt, wenn ich den Stopp hier hinsetze und er dreht dann nicht, sondern geht weiter nach unten, dann fliege ich dann da raus. Aber ich kann dann immer noch zufrieden sein, wenn diese Stoppweite für mich passend ist, für meine Idee. Nichtsdestotrotz sind alles im Moment eher noch bullische Szenarien. Natürlich kann der Kurs weiter nach unten gehen, das ist nicht ausgeschlossen. Aber im Moment ist das auch Rücksetzer dieser Natur, wären eher bullische Szenarien. Ob es wirklich noch so tief geht, kann vielleicht auch am Dow Jones festgemacht werden. Und den finde ich nach wie vor eigentlich gar nicht so schlecht. Nochmal ganz kurz den Tageschart eingeblendet. Ihr seht, da ist der Schub hier nach oben ganz klar wackelig runter. Hier theoretisch ebenfalls nochmal ein möglicher Trigger, der inzwischen ja schon abgeholt wurde. Das heißt, eigentlich haben wir eine realistische Chance, dass wir den Startschuss sozusagen schon gehört haben für diesen Anstieg. Der ja dann in der Quintessenz, ihr seht das hier oben, die 38.000 irgendwas da nochmal wieder aufgemacht hat. Also relativ realistische Chancen, dass das Ganze passiert. Das Momentum scheint auch sich darauf ein bisschen einzupegeln. Also insofern haben wir viele Indizien, die eigentlich eine ganz gute Sprache dafür sprechen. Auch dort können wir natürlich nochmal gucken, was hier auffällt. Im 4-Stunden-Chart ist, dass wir hier eine erste Aufwärtsbewegung hatten, korrektiv nach unten. Und jetzt ist so die Frage, nächster Anstieg. Jawohl, idealerweise sollte er jetzt nicht mehr überschneiden. Das heißt, er sollte das Hoch vom 29. Mai nicht mehr unterschreiten. Das ist so ein erster Lackmus-Test. Bleibt da oberhalb, ist alles safe. Das könnte vielleicht sogar noch so aussehen. Das wäre überhaupt gar kein Problem, wenn er das machen würde. Wir können auch nochmal so ein bisschen gucken, wie groß war denn hier vorne die Korrektur. Dann können wir es einmal vergleichen. Die war relativ groß. Da sehen wir, also idealerweise sollte die oben ein bisschen kleiner sein. Und zwar so viel kleiner, dass sie nicht mehr diese Linie hier durchstößt. Also ihr seht, es wäre völlig auch okay und nachvollziehbar, dass er das irgendwie so macht. Dann wären wir ähnlich groß wie die. Zwar immer noch ein bisschen kleiner. Ihr seht hier die grüne Marke da. Die grüne Marke ist ja hier die gleiche Größe. Also die hier nochmal die gleiche Größe. Aber das wäre einigermaßen passend und überlappungsfrei. Das heißt, solange der Kurs oberhalb dieses Hochs hier bleibt, das ist hier ungefähr bei 33.330 hier das Hoch. Guckt es euch aber selber an, je nachdem, was für Kontrakte ihr für euch da raussucht. Gut, solange er über den oberhalb der 29. Mai Marke bleibt, ist die Welt erst nochmal in Ordnung. Und wenn nicht, dann muss ich sagen, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass wir nicht nur ein bisschen tiefer gehen, sondern dass wir auch dieses Tief, auch dieses Tief nochmal durchstoßen und irgendwo nochmal bis dahin gehen. Also das wäre aus aktueller Sicht, aus meiner Sicht eine Möglichkeit, hier sinnvoll einen Stopp zu platzieren. Denn dieses Szenario möchte ich nicht haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, das ist bisher dreiwellig. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen blöd gezeichnet. Die erste ist ja viel länger noch. Die ist so, so, so von den Höhen her. Das ist ein Dreiweller. Und wenn er jetzt hier durchgeht, ist es ruckzuck immer noch, auch wenn das hier insgesamt eine Korrektur ist, eine Abwärtsbewegung. Nur solange er oberhalb dieser Marke bleibt, bleibt das bullische Bild bestehen. Also insofern, wir haben wichtige Aufgaben, drauf gucken auf den Markt. Wir können uns da natürlich Alarmmarken setzen. Das sollte er idealerweise nicht mehr nach unten durchstoßen. Bleibt er oberhalb, ist es immer noch ein sehr, sehr bullisches Bild. Erst wenn er das nach unten durchstößt, dann eröffnet sich aus meiner Sicht eine gute Chance, dass der Kurs sogar in der Folge nochmal die 32.000, was haben wir da, 600 in etwa nochmal nach unten durchstößt. Und naja gut, die 700 Punkte könnte ich mir dann, und 700 plus X, erwartbare, nicht garantierte, aber erwartbare Punkte nach unten, die kann ich mir dann gerne sparen und dann die Position lieber glatt stellen. Der S&P ebenfalls auf dem Weg nach unten. Gucken wir hier mal im 5-Minuten-Chart. Dann haben wir so ein bisschen den Eindruck, okay, das ist jetzt hier irgendwie schon so halbwegs abwärts. Und jetzt die Frage für uns Intraday-Händler am Nachmittag, könnte das nicht ein schöner Impuls sein? Dann wäre es jetzt schick, wenn wir hier korrekt tief runtergehen. Das ist jetzt eine andere Zeitebene. Ich mache das mal bewusst, weil das Gleiche hier nochmal zu erklären, das bringt jetzt ja auch nicht so arg viel. Aber hier haben wir in der letzten Bewegung hier einen wunderschönen Anstieg. Und ihr erahnt es, wir brauchen jetzt einen Rücksetzer. Tiefster Punkt, höchster Punkt der Bewegung. Dann haben wir eine typische Zielzone für eine Korrektur. Korrektur sollte idealerweise dreiwellig aussehen. Oder mit Kursüberschneidung. Hier habe ich mal was mit Kursüberschneidung. Das heißt, der und der Arm hier, diese beiden Gegenbewegungen, die überschneiden sich. Dann hätten wir hier ein schönes Long Setup für noch weiter nach oben, also für eine Fortsetzung nach oben. Vielleicht für Intraday gar nicht so schlecht im Laufe des Nachmittags. Vielleicht kommen wir da am frühen Abend dazu, da irgendwie noch eine Trading-Idee umzusetzen. Schaut mal, ob ihr da was für euch findet. Nasdaq ebenfalls stark gelaufen, wartet eigentlich noch auf den Rücksetzer. Wir hatten hier ja mal einen eingezeichnet. Theoretisch könnten wir jetzt das nochmal ein bisschen anpassen, denn wir haben ja hier neue Hochsets bekommen. Wie hoch ist der nächste Rücksetzer? Wenn ich mir das hier mal angucke, also was haben wir hier? Das Ding, diese Größenordnung, okay. Gucken wir mal diese Größenordnung. Warum nicht vom höchsten Punkt, warum vom zweithöchsten Punkt? Es muss ja dreiwellig sein, A, B, C, weil es soll ja korrektiv sein. Dann ist das besser. Und das ist hier wahrscheinlich intern viel mit Überschneidung. Ist allerdings nur noch mal kleiner hier ein bisschen. Aber diese Größenordnung würde zumindest, wenn das alles gleich groß ist, hier irgendwo hin zielen. Die nächste größere Größe, das wäre der hier. So, da, nach da. Jetzt haben wir Vergleichsmöglichkeiten und können sagen, okay, je nachdem, wo der Kurs jetzt hinläuft und ob er dort dreht, können wir so ein bisschen zuordnen, wohin diese Welle gehört. Nehmen wir mal, er macht nur so eine kleine Korrektur, dann gehört das wohl eher in diesen Rhythmus. Macht er jetzt irgendwie eine Korrektur in dieser Größenordnung, also sprich in diesem Bereich jetzt hier. Also es ist keine Ansage, dass er das macht, aber das wäre jetzt auch kein Drama, wenn er das hier machen würde. Also irgendwie was bis da unten hin. Wer es nicht lesen kann, das ist so ganz grob, das ist eine grobe Zone. 114.180 ungefähr bis 14.060 in etwa. Also das wäre dann jetzt vielleicht das Pendant zu dieser Korrektur, fände ich gar nicht so schlecht. Und wir hatten vor kurzem darüber gesprochen, vielleicht ist das eher eine scharfe Korrektur. Es wäre also denkbar, dass wir hier erste, zweite, dritte jetzt hier sogar noch bekommen, also auch einmal relativ stark. Dann hätten wir also ein halbes Pendant zu der Geschichte, was wir hier vorne hatten. Das habe ich aber die Tage schon mehrfach intensiver erklärt, deshalb will ich das jetzt nicht nochmal breittreten. Ihr seht, also es ist noch Pausenmodus angesagt. Beim S&P hatten wir im ganz kurzen, aber wohlgemerkt, das war im ganz kurzen Bild. Ein mögliches Long-Szenario, also wenn ihr jetzt verwirrt seid, wieso hast ihr da Long gesprochen? Ja Leute, das war im 5-Minuten-Chart, das ist hier im 4-Stunden-Chart. Es darf auch mal innerhalb des 4-Stunden-Charts, wenn es hier über Tage vielleicht runter geht, darf es auch mal über Stunden nach oben gehen. Das ging ja hier auch mal über Stunden nach oben. Und dann seht ihr, wenn ihr, ich mache das mal hier, wenn ihr hier eine Bewegung habt, relativ stark nach oben und dann hier relativ wackelig runter, ist eine Fortsetzung nach oben erstmal relativ realistisch. Hat zwar da ein bisschen gebraucht, aber im Endeffekt hat er dann doch diese Länge hier hinten, naja, da hinten erst. Also das war nicht so sehr ergiebig jetzt hier, aber immerhin zumindest mal zwischendurch eine Long-Richtung. Wie sieht das hier aus? Beim S&P hat mir das besser gefallen, ehrlich gesagt. Wenn ihr es nicht genau wisst, malt ihr es mit dem Finger nach. Dann hatten wir hier Pause, dann zack und dann hier wieder Pause, zack und hier wieder Pause und dann jetzt hoch. Das sieht sehr korrektiv aus. Also im Kurzzeitigen traue ich dem Markt noch nicht so richtig das Bullische zu. Beim S&P ging es einigermaßen, aber dafür bräuchten wir dann eine Korrektur, eine echte Korrektur und müssten dann auch richtig getriggert werden, so wie man das eben macht. Alle anderen muss ich sagen, eigentlich wäre es gut, wenn sie noch mal ein bisschen runter kämen, so wie wir es gezeigt haben und danach nach oben. Also die Abwärtsbewegung, die wir aktuell haben, ist kein Killer für das Bullische Bild. Es sieht im Moment erstmal nach einer Pause aus. Allerdings, wenn ihr die genannten Marken durchstößt, muss man sich die Frage stellen, warum, was habt ihr vor und dann eben die Anschlussfrage, gehe ich dann lieber raus, dann habe ich meine Ruhe oder traue ich ihm zu, dass er noch dreht, kann ich mir das für meine Position noch erlauben. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen was da mitnehmen konntet für euch. Die Marken solltet ihr im Auge behalten. Natürlich lohnt es sich an den gezeigten Marken auch immer mal zu schauen, ob ihr im Kleinen dann vielleicht eine Wendesignalgebung dort habt, denn gerade an den Wendestellen passiert es häufig, dass der Kurs dann umdreht und man dann auch gute Einstiegsmöglichkeiten hat, da vielleicht einen kleinen Trade nochmal mitzunehmen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.